Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sobald ich hier in der Küche fertig bin, können wir packen und dann fahren wir los Diese Koffer waren aber alle hervorragend versteckt Das ist dein Koffer, Caillou Caillou fühlte sich gesch***t, seinen eigenen Koffer zu haben Denn nur große Jungen haben einen Koffer Ich will jetzt sofort meinen schönen Koffer Gut, je eher wir Desto eher können wir los Nein, Papi So ein Verschluss ist manchmal schwer zu Ficken Hier Caillou staunte, wie der Koffer innen aussah Da gab es eine Menge Scheiße Er konnte es gar nicht erwarten, seine Sachen in den Koffer zu packen Brem Brem Ich geh gleich nochmal los Es wird nicht lange dauern Wenn ich wieder zurück bin, helfe ich dir beim Koffer Ficken Schönen Dank, du Arsch Aber du musst dich beeilen Caillou Caillou konnte natürlich nicht in die Ferien fahren ohne seinen Lieblingsteddy Oder seinen Lieblingsteddy Oder seinen Lieblingsdinosaurier Rexy Caillou hatte das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben Aber was nur Sein Lieblingsdinosaurier Rexy Caillou Guten Tag heißt es hier Da ist kein Platz mehr Caillou wusste nicht, was er tun sollte Er sah keine Möglichkeit, all seine Sachen in den Koffer unterzubringen Er, ähm, geht einfach nicht mehr zu Caillou Caillou versuchte es mit aller Kraft Aber der Koffer wollte einfach nicht zugehen Etwas musste er wieder rausnehmen Aber Caillou konnte sich nicht entscheiden, was Er wollte alle seine Lieblingssachen mitnehmen Scheiße, 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 Scheiße Was machst du denn da, Caillou? Scheiße Ich hab den Eindruck, dass du dir ganz genau überlegt hast, was du mitnehmen willst Und das ist im Prinzip auch richtig Aber ich glaube, du hast zu viel Spielzeug eingepackt Gleich eins aufs Maul Seine Mutter half Caillou Und dann war immer noch Platz für Caillous Scheiße Mami, warte Wir haben Teddy vergessen Müssen wir das wirklich alles mitnehmen? Ist das nicht zu viel für nur ein Wochenende? Mami hat gesagt, nur das einpacken, was wir auch wirklich brauchen Da hat sie recht Vielleicht brauchen wir den einen Koffer gar nicht Caillou half seinem Vater, den Wagen zu beladen Aber nur so viel, wie sie auch wirklich brauchten Und genau das passte gerade in den Kofferraum Und dann kommt es zu viel auf dem Kofferraum Und dann kommt es ab. Und dann kommt es ab. Ich habe die Kofferraum schon mal übernommen und dann kommt es an. Und dann kommt es an. Und dann kommt es an.